Yo Leute, was geht ab? McLaren hat gelauncht und wir werden ein bisschen darauf reagieren, was der MCL36 so zu bieten hat. Wir werden natürlich auch ein paar Vergleiche eingehen und natürlich auch auf die neuen Rennanzüge. Auch sonst so was alles die letzten Tage in der Formel 1 passiert ist. Ja, die Formel 1 überschüttet uns aktuell mit vielen Launches und zwar zuerst das Show Cup von Red Bull und dann ja das Richtige von Aston Martin und auch jetzt von McLaren. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Autos aussehen, wie unter anderem Dienstag, Montag, stellt ja schon Alfa Tauri vor, auch Dienstag haben wir den Launch, Donnerstag, Freitag mit Ferrari und Mercedes. Ja, haben wir dann endlich mal die ersten Top Teams, die das Auto vorstellen und mit diesem Auto möchte man auf jeden Fall mal in die Top 3. Das hat man auf jeden Fall und natürlich nach oben hin gibt es eigentlich keinen Spielraum. So, wir beginnen mal mit dem Video, das gezeigt wurde und hier haben wir schon mal so ein bisschen einen Einblick. Ein wunderschönes Auto, der schwarze Strich ist komplett neu, aber auch man hat jetzt diese, man hat ja letztes Jahr so ein Spezialdesign von Proof Air. Und ja, dann waren noch die anderen Autos für die anderen Klassen, für Reli Dakar zum Beispiel oder auch für die Indy 500, die fahren jetzt schon mit einer Glasscheibe. Ähm, für die Indy-Kassiere, da leuchtet auch einiges. Äh, ich weiß nicht genau, ob das auch im Real leuchten wird, weil das würde ich verdammt cool finden. Auch dann hat man, guck mal hier beim letzten Bild, das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Oben dieses M, also keine Ahnung, dieses M leuchtet. Und auch unten die Radkappen leuchten blau und orange McLaren Logos. Das hatte ich bis jetzt bei keiner noch so richtig, ähm, das hat keiner noch so richtig benutzt, außer sie hier. Wir gehen direkt aufs erste Bild, das veröffentlicht wurde. Und das, da haben wir den MCL in seiner kompletten Pracht. Und ja, es ist schon die 36. Serie. Man, wie gesagt, was fällt auf jeden Fall auf? Ähm, man hat das cool Ferdinand, ich zeig's euch jetzt mal, vom letzten Jahr Monaco, glaub ich, ist mir das speziell gefahren. Hatte ich so cool gefunden, hab ich richtig gehabt. Und jetzt hat man dieses hellblau mit reingenommen. Ähm, ja, ich glaub, man hat das Hilton Hotel als Sponsor jetzt nicht mehr mit an Bord. Äh, aber auch so, also der Frontflügel, wunderschön. Das Design, ich fand das Design perfekt eigentlich, also, aber mein Problem, Problem ist ein bisschen der schwarze Strich, der vom Cockpit bis zum Heckflügel durchgeht, wo die ganzen Sponsoren draufstehen. Finde ich natürlich toll. Einerseits kann man dann die Sponsoren perfekt lesen. Gefällt mir designtechnisch nicht ganz so. Aber, wir haben das zweite richtige Car gelauncht, wie gesagt. Äh, wir gehen gleich aufs nächste Bild, die Frontflügelansicht. Und das ist ja schon eine spezielle Ansicht mit der Nummer 3 hier. Von vorne ist einfach perfekt. Also, das Aussehen ist toll. Ähm, dieses hellblau mit dem Orange, auch teilweise das Schwarz hat man gut eingesetzt. Finde ich cool. Man ist auch einen anderen Weg gegangen, wie die anderen. Wir gucken uns das nachher im Vergleich noch an. Über, vorne bei den Bremsbelüftungen, äh, bei diesen Brems, bei diesen Dings, die da so rauf gehen. Der Heckflügel, ähnlich wie bei den anderen. Aber, wir brauchen natürlich noch ein Vergleichsobjekt. Jetzt nochmal kurz von der Seite. Und da sieht man das Design im Vollerbrach. Auch hinten, da haben sie noch einen extra Hugel rauf gemacht. Äh, beim Heckflügel. Ich markiere es euch natürlich. Dieses Zapferl, wo man dann das, ist das ein McLaren-Logo? Äh, ich denke schon, oder? Äh, ja, es ist, ne, keine Ahnung. Irgendwie so orange ist, ist drauf. Ähm, auch der Halo jetzt mit im Design mit eingewirkt. Finde ich cool. Ähm, gerade am Anfang, da hatte noch keiner so richtig das Design, äh, oder das für sich entdeckt. Aber jetzt hat man das richtig mit reingenommen. Auch, äh, Velo ist ein verdammt Riesensponsor. Klebt doch überall drauf. Äh, mir fehlt doch gerade auf. Gerade so in den letzten Tagen. Wir haben mit, ähm, äh, Oracle, zum Beispiel bei Red Bull, einen Riesenhauptsponsor. Auch jetzt bei A.S. Martin haben wir ja Aramco als Riesensponsor. Also, die, die haben sich alle, und auch, äh, jetzt just neu, Alpine hat BWT als Sponsor. Das wird bedeuten, wir werden wahrscheinlich bald einen Pink-Blauen, äh, Alpine sehen. Wird auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, diese Ansicht hatten wir schon ein bisschen weiter unten jetzt. Ähm, ja, wie gesagt, also sieht auf jeden Fall sehr toll aus. Und auch sie haben hier beim Frontflügel auf der Seite nochmal einen extra, ähm, Win gegeben. Auch die, die, ähm, die Mutterkühlung hier beim, beim, beim Cockpit ist, äh, ist ein extrem großer, ähm, Lüftungsschacht. Und hier haben wir den Vergleich zum letzten Jahr von vorne mal. Aber ich habe natürlich ein paar mehr Vergleiche. Und da, wenn man das sich anguckt, hat sich nicht arg viel verändert. Also auf jeden Fall vorne mal, äh, das ist alles nach vor gerutscht. Äh, auch hier, ähm, rechts vom Helo, also bei, bei der rechten Ansicht, ist, ähm, die, die komplette Luft, der komplette Luftanlass etwas anders. Also natürlich, man hat hier auch zum Beispiel, ähm, die, die Nase, die ist jetzt komplett verbauter, geht jetzt bis rüber. Aber das ist natürlich auch alles den neuen Regularien geschuldet. Der Vergleich vom 2022er zum 21er Auto in der Frontansicht. Und da fällt halt schon ein bisschen ein Unterschied auf. Also, wie gesagt, ähm, man, man kann halt, ähm, der Frontflügel ist komplett anders. Äh, das hatten wir aber eigentlich eh schon. So, die Seitenansicht, hier sieht man auch vom Design her, ist man, ehrlich gesagt, ein bisschen treu geblieben. Nur, ähm, das, das Blau hat sich komplett in eine andere Farbe entwickelt. Auch bei ihnen sieht der Heckflügel so richtig kompakt. Also, ich finde die, ähm, 2022er Auto ist ziemlich schön, muss ich sagen. Am Anfang dachten wir so, iiiiih, aber jetzt geht's schon. Ich habe auch jetzt auf TikTok und so weiter schon die ersten, ähm, Fahrt, Testfahrt von Aston Martin gesehen. Wow, mega. Auch Coca-Cola ist jetzt weggefallen. Äh, ist mir direkt aufgefallen. Aber, äh, trotzdem, ich glaube, Gulf, er gibt da schon ein bisschen das Design vor. Also, gerade so ein bisschen dieses Spezialdesign. Da waren ja viele gehypt drauf. Und ich glaube, deswegen kann man da auch sagen, die, die geben jetzt richtig was vor. Wie gesagt, hinter dem Heckflügel steht hinten drauf, das hat man jetzt verloren. Aber auch der Heckflügel an sich, verdammt cool mit dem Hugerl da drauf. No, 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 no any plan what's happening with that. Aber, ja, wir sehen's auf jeden Fall. Nächstes Bild von oben. Und das ist natürlich so die größte Veränderung. Äh, aber gerade bei McLaren merkt man, äh, da ist nicht gerade viel. Also, auch von der, von der Silhouette, äh, von den Umrandungen her, hat sich nicht gerade viel verändert. Auch, ja. Ja, man hat halt vorne, wo die Bautsports waren, jetzt einiges wieder, hat man ein richtiges Loch drinnen. Also, der, ja, sonst an sich hat sich nicht gerade viel. Auch gerade, na gut, hintenrum ist es runder geworden. Aber, ja, wie gesagt, das sind halt alles die neuen Regularien. Und auch nochmal die Ansicht von vorne. Und da, da sieht man auch direkt, ähm, die haben eine komplett andere, diese, die haben eine riesen, äh, diese riesen Bremskühlung hier. Finde ich cool. Und wie gesagt, bei ihnen gefallen mir halt extrem, ja, diese Radkappen. Also, diese Rad, äh, diese Kappen, was sie da jetzt brauchen, äh, die, die halt richtig cool mit ins Design mit NBIP gebunden worden sind. Und hier die neuen Anzüge. Und ich wusste schon, da wird sich einiges verändern, wenn der Hauptanzug schwarz ist, mit orange und blauen Akzenten, wusste ich, die haben was vor. Da wird es eine große Änderung geben und so war es halt dann auch. Ähm, ja, hier haben wir halt die drei Autos, die jetzt mal etwas richtiger gelauncht worden sind. Ich meine, ich gehe jetzt mal von eher nur Aston Martin und McLaren aus, weil halt, ja, ich meine, der Haas, die haben halt das, ja, das ist ja Concept Car. Und halt, ähm, ja, gut, wie gesagt, wir gehen mal vorne, ich zoome ein bisschen für mich hin. Ähm, ja, die Nase hin ist auf jeden Fall, ja, die haben so eine ähnliche Nasenpartie. Ähm, ja, man bräuchte natürlich eine andere Ansicht. Ja, wenn man dann weiter nach hinten geht, man merkt halt bei St. Martin, die gehen mit diesen Blättchen da vor dem Monocock richtig weit nach vorne. Da hat McLaren etwas, ja, weniger als mehr gemacht. Die haben da etwas weniger gemacht. Äh, auch von der Form her ist es, ja, man, man hatte zwar am Anfang die Angst, dass die Autos alle gleich aussehen werden. Aber auch hier, wenn ich dann so hinter das, hinter das Monocock gehe, sieht man halt, bei, bei, bei McLaren ist es sehr schmal nach hinten. Und bei Aston Martin breiter nach hinten, wo sie diese Schlitze noch drauf haben. Ähm, ja, was sich am Ende durchsetzen wird, ist natürlich ganz, auch hinten, äh, geht man dann bei McLaren fast, ja, fast mit einem Dicken, etwas Dicke nach hinten. Und bei Aston Martin dann sehr schmal und dann bis halt zu diesem Lichtauspuff, keine Ahnung, was das sein soll. Und ja, auch der Heckflügel an sich fällt auf, man hat, ähm, ja, okay, der Heckflügel, ja, sieht zwar von der Form etwas anders aus, ist aber, denke ich mal, eher gleich. So, hier nochmal der Vergleich der Frontansicht und das war für mich ehrlich gesagt so. Ähm, da sieht man auf jeden Fall, diese Bremskühlung, die ist bei denen riesig. Also, gerade bei den Vorderreifen, dieses Hugerl, was da so rauf geht, ist bei McLaren ein bisschen größer. Aber natürlich, es ist, ähm, mein erster Einblick, so mein First Look. Und auch, ja, sonst zu, sonst ist eigentlich eh, ja, auch der Spiegel, die haben da einen komischen Spiegel, die, der ist Martin. Ähm, ich weiß nicht genau, welches Design mir von beiden, von beiden besser gefällt. Aber das muss man schon sagen, die sind beide sehr toll, also wirklich. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. So ein kurzer Einblick mal, ähm, ja, für mehr Meinungen und so weiter, schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei, auf, ähm, e2-Tobi. Es war, ich bin kein Pro in sowas, aber ich mag das immer so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, ich kann absolut nichts zu eurer Dynamik und so weiter sagen. Aber, äh, ich sag gern, was mir so auffällt, was mir besser gefällt. Ähm, ich muss sagen, das sind bis jetzt meine Favoriten. Der Red Bull war klar, äh, die haben nur noch nicht so richtig gelauncht. Und auch der Haas, naja, ich mein, gut. Aber, ich, ich muss sagen, ähm, auto-technisch, glaub ich, gefällt mir der ist Martin besser. Design-technisch dann doch, ähm, der, ähm, McLaren. Schreibt gerne meine Meinung rein, abonniert gerne den Channel kostenlisten, dass ihr nichts mehr verpasst. Und ja, wir werden morgen wahrscheinlich wieder hier sein, oder dann übermorgen. Ich weiß nicht genau, wenn die so mittags launchen, dann kann ich noch ein Video machen. Und wenn sie dann am Abend launchen, wird schwierig. Also abonniert gerne den Channel kostenlisten. Lasst unbedingt gerne ein Däumchen oben da, wie gesagt. Schaut doch gerne auf TikTok vorher links mit mir alle und wir und ciao. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017